So, Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. Nummer 2. Pasch ist dran, nachdem ich beim letzten Mal, äh, ja, wirklich desaströs verloren habe. Ich hab mich so... Hast du nicht mal. Du hast gewonnen. Nur zu spät. Ja, ich hab mich so gut geschlagen, aber gleichzeitig hab ich mich auch so schlecht geschlagen. Ich fühl mich auch... Ich fühl mich... Ich möchte es nur mal... Ich möchte es nur mal notiert haben. Ähm, ähm, ich fühl mich so 0,0 schlecht... Ich fühl mich sehr schlecht dafür, gerade weil ich den Pilz, äh, verkackt hab, aber... Ich fühl mich 0,0 schlecht dafür, äh, jetzt nachzugucken auf den Maps, weil... Nee, das ist ehrlich. Dieses Spiel, das kann mich mal. Und zwar Kreuz, Kreis, Dreiecks, Vierecks, Petraeda, Dodecaeda und sonst noch andere Weise. Ja, seh ich genauso. Äh, dieses Spiel, das hat sich einfach mit uns auch ziemlich versiebt. Was, Pasch, du schaffst das. Ich glaub an dich. Du bist die Prinzessin der Herzen. Und ich durfte ja jetzt diese Welt auch nicht schaffen, weil ich... Oh, ich hab mal so ein Bild. Ich wollte... Ich wollte schon was sagen. So, jetzt holt ihr bloß... So, ich steuere jetzt extra mit dem Steuerkreuz und steuere mit dem Zwick, damit ich nicht noch mal durch die Tür gehe. So, die beiden Gesellen können mir auch mal... ...richtig dick einen... Ja. Äh... Ich gehe einfach weiter. Ja, ja. Ich gehe gar nicht drauf. Los, Pasch, Lauf! Na, ich muss sagen, ich find's sehr gut, dass man den letzten Level überspringen kann. Ja. Der ist auch unglaublich lang. Also von dem, was ich hier auf der Map gerade sehe, meine... Meine Güte. Da geben sie... Da geben sie aber nochmal richtig einen drauf. Ja, ganz ehrlich, dann... ...ist ganz gut, dass wir das gar nicht erst machen. Äh, Pisch, willst du auch graben oder so? Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade keinen Schaden genommen habe. Ich hab keine Ahnung, aber... ...es war gut, wie du es gemacht hast. Wie auch immer das war. Du kannst dich gleich wieder verziehen, Maskenfresse. Ich will hier keiner. Weißt du, was wir noch nie Stadtbeleidigungen hier genannt haben? Tiere. Tiere? Hast du absolut recht. Und das Schöne an Tieren ist, dass man die auch sehr schön... Äh, dass die ja selbst schon Beleidigungen sind. Teilweise. Du Hund, du Affe, du Esel. Du Schwein! Du Vogel! Ja. Das ist halt die Frage. Ersetzen wir hier tatsächlich irgendwas? Oder suchen wir uns einfach Beleidigungen aus, die keine Schiebwörter sind? Aber Birdut kommt ja schon an einen Vogel recht nah ran. Wo ist das denn bitte ein Vogel? Das spuckt Eier. Ja, okay. Aber Vögel spucken keine Eier. Ich war noch nie besonders gut in Bio. Ich glaube, du musst noch ein zurück. Sag mal, jetzt kriege ich hier dieses Ding nicht mehr, oder was? Hast du ja noch zwei. Aber das kannst du auch machen. Stell dich einfach auf den Vogelkopf. Ja, aber das bringt mir leider nichts, wenn ich mich auf den Vogelkopf stelle. Dann kann ich zwar ausweichen, aber nicht austeilen. Aber dann müsst du doch mal weggehen, Birdo. Vielleicht musst du nochmal hochspringen und dir den Letzten holen. Ach, fisch dich doch. Birdo. Das Problem ist, es hätte mir auch nichts gebracht, weil den ersten hat mich ja verfehlt. Du warst jetzt einfach... Du musst mal einfach drauf. Warum weiche ich überhaupt aus? Ich habe vier Leben. Selbst wenn er mich immer trifft, wenn ich ihn gerade angreife, kann mir das sowas von egal sein. Komm, du musst Cherries ziehen. Es ist wichtig, Pashos. Ich sage es dir nicht gern, aber das Überleben hängt davon ab. Okay. Einen habe ich schon mal. Und das war's. Ein Leben habe ich gekriegt. Aber gut, den Level können wir jetzt einfach überspringen. Birdo sollte dann eigentlich auch machbar sein. Wieso den Level überspringen? Ach, verdammt. Das ist ja erst der zweite. Oh. Oh Gott. Du hast den Dings vergessen. Egal. Gut von Peach. Ja. Okay. So weit, so grün. Der Kübis sieht genauso erschrocken über die Situation aus wie wir. Okay. Was war jetzt hier drin? Das habe ich mir vergeachtet. Das war ja schon Dördo. Okay. Äh, ein Leben. Gut, man kann über diese Welt sagen, was man will, aber wenigstens der zweite Level erfrischend kurz. Ja, das stimmt. Er ist nicht schön, aber er ist immerhin nicht so lang. Du musst lernen, loszulassen. Das war ja so klar. Das muss ich in der Tat. In der Tat und in der Tutis. Warum machst du nicht einfach meine Strategie? Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, was du willst. Ich soll es machen wie du. Ich habe es gemacht wie du. Nein, nein, die Sachen von oben auf Birdo schmeißen. Nicht das mit dem Doppel-K.O. Du sollst ja die guten Sachen von mir abgucken und nicht den ganzen restlichen Schwachsinn. Einfach oben warten, bis Birdo unter dir ist und fallen lassen. So. Jetzt haust du... Warum hast du Birdo das nicht einfach direkt ins Gesicht gehauen? Ich will es spannend machen. Zumindest das hast du geschafft. So, jetzt zieh zu, dass du... Ein Leben, ne? Ein Leben, genau wie ich. Na, ich hatte zwei. Ich will wenigstens noch ein Pilz. Weil den gibt es hier auch. Okay, wenn du da dran kommst, ohne zu sterben, mach. Ich meine, einen Hit kann ich ja kassieren. So, wo war der? Nur, dass ich nochmal genau weiß. Nicht, dass ich das jetzt komplett verhaue. Sag mir bitte Bescheid, wenn was kommt, ne? Ja, derzeit kommt nichts. So, da ist der... Da ist... Da ist nur ein Shy Guy auf dem Weg. Das wird ja wohl machbar sein. Gut. Dann halt nicht. Oder doch. Ich möchte diesen Pilz haben. Sorry, also mit einem Leben will ich Birdo nicht riskieren. So, wo kann ich den... Wo kann ich das Ding platzieren? Ich glaube, ich muss es auf einem Kürbis platzieren. Du meinst Kaktus. Äh, Kaktus, genau. Genau, und zwar auf... Ja gut, vielleicht reicht das ja auch schon. Tut es. Okay, dann nichts wie zurück. Du haust jetzt Birdo um. Und holst den Boss. Jetzt spam, spam, spam. Ich bin dabei. Ja, ich hab das Geräusch nicht gehört. Deswegen, einfach spam. Bei mir hörst du das Geräusch bei sowas von. Ja, jetzt hör ich's auch. So. So. Aber dass da was versteckt ist, das war ja schon fast offensichtlich. Ja, ja. Und jetzt Birdo. Grüne Birdo. Ich hab's ein bisschen safe gemacht. Okay. Dieser Vogel macht einem aber auch ein bisschen was leichter. Warum hast du dir nicht einfach das Ei gegriffen? Weil ich nicht erwartet habe, dass ich noch drauf lande. Jetzt schmeiß ich mir ein Ei. Wenn du ein Ei willst, dann kriegst du halt ein Ei, Birdo. Mann. Okay, jetzt mach dir ein Safe. Ich hab mir ein Safe gemacht. Ach, das ist Vieh schon wieder. Du kannst nicht mehr auf Toad wechseln. Das muss jetzt laufen. Mist. Mann! Ich hab langsam keine Munition mehr. Okay, dann nochmal. Oh Gott. So, Pash macht das Ganze jetzt im Singleplayer, damit er schneller Safe States laden kann. Ja. Weil, ganz ehrlich... Ich hab das Gefühl... Ich werd die brauchen. Bei den Bossen sehen wir es einfach nicht mehr ein. Ich seh... Aua. Ich seh gerne ein, keine Safe States zu benutzen. Hab ich kein Problem mit, wirklich. Aber bei den Bossen hier... Ich find die ehrlich gesagt auch nicht gut. Also, die Idee dahinter find ich schon super. Aber ich find... Ja, die Boss an sich sind ja auch nicht so schlimm, find ich. Weil ich hab halt keinen Bock wieder durch den... Das Problem ist nicht der Boss, das Problem ist alles, was da vorkommt. Ja. Aber die Bosse sind teilweise auch sehr schwer. Ja. Das sind sie, aber es sind Bosse. Das kann man vertreten, dass die schwer sind. Aber ich hab halt nur keine Lust, mich wieder bis zum Boss spielen zu müssen die ganze Zeit. Weil, äh... Verständlich. Für diese Level hab ich absolut null Einsicht. Durchaus verständlich. Und wie gesagt, ich fühl mich auch null schlecht dafür, jetzt, äh, mir Maps angeguckt zu haben. Um zu wissen, wo hier der ganze Rotz ist. Weil, ganz ehrlich... Ja, da wird aber nur drei Hits brauchen. Denk ich auch. Die werden mir nicht so wenig Munition hinlegen und dann von mir verlangen, dass ich, äh, fast alles davon gewinnbringend, äh, verarbeite. Mr. Krabs hatte ja, äh... Hat ja immerhin unendlich Munition gehabt. Genau. Und, und, äh, Mr. Mr. Maus hat halt auch, äh, unendlich Munition. Ja, das heißt, nur Bosse mit unendlich Munition. Er hat nicht geblinkt, aber er hatte sein Schadensgesicht gemacht und Arrow gemacht. Bei mir hat er geblinkt. Richtig, bei mir hat er nicht geblinkt. Ja, das war schön, genau in die andere Richtung gepfeffert. Das war ein schöner Wurf, Peach. Leider nur in die falsche Richtung. So, weg mit dir. Jetzt nicht runterfallen. Das hab ich einmal... Wuii! Ich hab gesehen, kann ich sagen. Ich hab's gesehen. Und ich hab's einmal gemacht. Kein Bonus. So, warte. Ich schmeiß mich nur mal schnell in den ersten Gegner oder Abgrund rein, den ich sehe. Damit du dann auch deine vollen fünf Leben zur Verfügung hast. Danke sehr. Jetzt kann man sich nicht mal in meine Abgründe reinschmeißen. So, bringt mich um. Bringt mich um. Um. Dankeschön. Gegner liefern sie dir zumindest. Mach aber ein Save, ja? Ja, ja, genau. Hier ist jetzt der Save. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und schon geht's weiter. Und jetzt darf ich weitermachen. Ja. Aber Pasha hat herausgefunden für uns, dass es nur aus zwei Teilleveln diesmal besteht, statt aus drei. Genau. Also hoffen wir mal, dass diese beiden Teile nicht abgrundtief schlecht sind. Double Fail. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an, aber das war machbar. War machbar. Das war jetzt doof von mir. Okay, kein Pilz. Offensichtlich nicht. Ach, komm schon. Ja, irgendwie ist bei mir gerade der Wurm drin. Aber ich will das jetzt durchkriegen. Ich will dieses Spiel beenden. Leute, ich glaube, ich habe selten in einem Spiel so sehr den Herzenswunsch gehabt, das so einfach kaputt zu machen. Ja. Das Spiel abzuschließen. Einfach. Erst nie wieder spielen zu müssen. Okay. Wer braucht schon sowas? Nein, ich nicht. Was ist das denn jetzt? Ja, mit Blue... Da war auch mal ein Luigi. Egal. Ich habe das Gefühl, du kriegst hier einen Pilz. Ehe, wenn nicht. Ja. Nur noch ein paar Münzchen. Ja. Hat man nicht mal genug Zeit, um die alle aufzunehmen. Oh, fast wäre das ein Superwurf gewesen. Oh. Oh. Okay, die beiden anderen Würfel waren jetzt nicht so gut, aber... Einfach aus Prinzip. Einfach, weil das probiert halt. Einfach aus Prinzip habe ich den erst mal mit dem Pilz gehauen. Und jetzt? Ich glaube, da ist eine Rakete drin. Oder eine Uhr. Muss ich hier rein? Irgendwo musst du rein können. Was genau verlangen die hier von mir? Reite mal auf so einen Pterodactyl. Eieiei, ich gucke die ganzen Scheiger jetzt an, die da rauskommen. Ich habe hierhin gerade den Pterodactyl. Naja, die haben daran, äh, die haben den Pterodactyl daran gehindert, zu spawnen. Weil hier links war ja so eine richtig hohe, äh, so ein richtig hohes Ding. Ich glaube, da musst du drüber. Und dann weiter halten auf dem Ding. Genau. Das klappt doch. Und da wird eine Rakete drin sein. Ja. Gut, dass du dabei bist. Alleine, ich hätte das nicht rausgefunden. Kanonenkugel schmeißender Scheigeist. Nicht Nummer eins auf meiner Hassliste, aber sehr weit vorne. Scheigeist kommt übrigens auch ursprünglich aus Mario 2. Äh, ne, also aus Doki Doki Panic. Also, die wurden auch... Also, viele der Gegner, die... Die Gegner wurden aus Doki Doki Panic absolut gar nicht... Mist. ...verändert. Ähm... Okay, das heißt... Das heißt tatsächlich, äh... Die Scheigeist, die ja dann praktisch die Yoshi-Spiele prägen... Die kommen alle hierher? Die kommen alle aus Doki Doki Panic, ja. Das ist interessant. Es wurden keine Gegner... ...verändert. Sonst gäbst du ja wahrscheinlich eher Koopas und Goombas, anstatt halt... ...das, wogegen wir jetzt hier gerade kämpfen. Ja, das, wogegen wir hier gerade kämpfen. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt durchkommen soll. Weil, wenn du den jetzt schmeißt... Genau, jetzt kommst du da runter, jetzt kannst du damit... Ne, das geht nicht. Du musst... Was musst du jetzt hier machen? Einfach einen Hitkassi? Ach ne, du musst den ganz bis zum Ende folgen. Und dann schnell springen. Oh, ja. Oder am Ende halt noch einen Hitkassi hin. Okay. So, geht doch. Screen für Screen. Brennen wir uns nach vorne. Ich wünsch dir, ich würde endlich leben. Das ist das Einzige, was ich hier an diesem Spiel wirklich sagen muss. Das gefällt mir. Dass man mit jedem Screen einen Checkpoint kriegt. Ja, das stimmt. Das ist aber auch bitter nötig. Das ist aber auch das einzig Gute, was man von diesem Spiel hier sagen kann. Genau, und hier musst du dir ne Brücke bauen. Ohne ne Leiter. Das sollte eigentlich schon reichen, ja. Nach dem Kanonenkugel schießender Shy Guy. Meine Bezeichnung für ihn beginnt auch mit Shy, aber... Ja, ja, schon klar, schon klar. Nicht auf Guy. So, und hier kommt jetzt Birdo. Und natürlich Green Birdo. Weil was soll das auf der anderen Birdo sein? Genau, das heißt, Birdo kommt auch ursprünglich aus Doki Doki Panic. Oder generell, alle Gegner, die wir hier sehen und ihren zukünftigen... Hä? Dann hol dir einfach Murmeln und raus hier. Ist mir jetzt so egal. Ist einfach mal wilde Respawn. Sieben, sieben? Ah, verdammt. Radieschen, Stern, Shy Guy. Die extra Leben hätte ich dringend gebraucht. Stern, Radieschen, Radieschen. So, letzter Level des Spiels. Mehr gibt's nicht. Das war's jetzt. Aus die Maus. Mehr hat ja auch keiner bestellt. Mein Gott, wie das hier schon wieder... aussieht. So, du schaffst es jetzt. Du machst jetzt den ganzen Level und den Bosskampf. Mit einem Herzen und einem Leben. Ja. Ich hab ja Angst vorm Bosskampf. Ich will gar nicht wissen, was in diesem Spiel ein Bosskampf ist. Das ist Birdo, aber acht Meter groß und muskelbepackt. Dann muss man den muskelbepackten Toad nehmen und Muskeln mit Muskeln bekämpfen. Das Birdo guckt dich dann einfach nur an. Das schießt Eier, die sind so groß wie ein halber Bildschirm. Und Birdo sagt dann einfach nur... Tschüss. Und dann bist du weg. Ja. Ein passendes Ende zu diesem... grässlichen Spiel. Ich glaub, Birdo musst dich auch einfach nur böse angucken, damit du stirbst. Der Endboss. Und wenn er das nur alles halbes Jahrhundertmal macht, reicht. Allein die Fähigkeit, dass er es kann. Ach ja, bei dir fehlt er, aber bei dir ist der da. Ja. Ja. Okay. Bisher bist du super durchgekommen. Vor dem keine Angst, die... Vor dem Angst. Ja, vor dem Angst, ja. Vor den oben keine Angst, die halten sich immer nur... Ja, die halten sich nur am Rand der Leiter, hab ich auch grad bemerkt, ja. Wenn du an der Leiter bist, bist du sicher. Je gesagt, Gott sei Dank für dieses Checkpoint-System in diesem Spiel. Ja, zumindest das ist fair. Mal, Peach, willst du auch mal klettern, oder hast du daran kein Interesse? Ich hab so gut angefangen. Ich hab so gut angefangen. Du hast wirklich super angefangen. Und angefangen... Ach, du Kacke. Ein kleiner Moment. Hier ist gerade eine richtig fette Spinne auf dem Schreibtisch. Das ist schlecht. Und da würde ich mich gerne entledigen. Als Arachnophobe hab ich da vollstes Verständnis für. Also so große Spinnen. Hasse ich abgrundtief. Das ist ein richtig fetter Brummi. Jetzt hat er sich in irgendeine Ritze verkrochen. Mein persönlicher Albtraum. Ja, egal. Er wird schon wieder auftauchen, oder auch nicht. Beides ist mir recht. Schläfst du in diesem Raum? Nein. Das ist gut. Ich zum Beispiel könnte das auch überhaupt nicht. In einem Raum schlafen mit einer großen Spinne. Ich mein, musst du ja nicht heiraten. Guter Schuss. Ich hab mir irgendwie gerade schon Gedanken. Ich wünschte, ich hätte sie früher bemerkt. Ja, ja. Es gibt doch diesen schönen Spruch. Was ist schlimmer, als eine große Spinne zu sehen? Die große Spinne von eben nicht mehr zu sehen. Ja. Sag mal. Oh, dieser blöde Moving Screen. Der hat gerade mein Sprungkommando geschluckt. Ja, du darfst wieder. Du willst diese Welt nicht machen, ne? Nee, ich möchte jetzt gerne diese Spinne töten. Das ist so gerade das, was in deinem Interesse ist. Von daher werde ich vermutlich auch für eine kurze Weile erst mal still sein, während ich das Vieh suche. Ja, ich unterhalte derweil die Zuschauer. So, Leute. Willkommen bei Wolfbein MP. Let's Plays ohne Spinnen. Wo ist das Vieh? Irgendwo muss es doch sein. Es kann doch nicht weit gekommen sein. Wo kann es denn sein? An der Unterseite des Tisches? Ja, Pasha sucht die Spinne. Kann man ja mal machen, ne? Pasha darf jetzt viel Zeit mit Spinnensuchen verbringen. Das ist wahr. So, wir beeilen uns. Natürlich ist er bald hier wieder. Es musste natürlich auch so ein richtig fettes Teil sein. Ja. Natürlich. Sonst wäre er langweilig. So, und wir zeigen Pasha jetzt mal, auch wenn er es gerade nicht sehen kann. Ja, ich sehe nichts. Du kannst mir gerne zeigen, wie es geht. Ich werde nichts davon mitkriegen. Das Einzige, was mir gerade im Sinn ist, ist dieses blöde sechsbeidige Vieh zu finden. Acht. 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 Keine Ahnung, wie viele Beine es hat. Ist auch egal. Ist sowas von egal. Zu viele Beine. Auf jeden Fall zu viele. Das kann doch nicht sein. Wo hat sich das denn hinverzogen? Das blöde Vieh. Jetzt versaue ich das hier auch. Alles gut. Nein, solange du deine Spinnen jagst, muss ich das hier ja schaffen. Nee, wenn du Game Over gehst, dann sag einfach Bescheid. Ich sehe sie nicht mehr. Ich habe überall unterm Tisch nachgeguckt. Keine Spur. Wie habe ich das denn beim ersten Mal so gut hingekriegt? Das frage ich mich auch. Ja, das ist halt das Problem. Ich kann nicht mehr konzentriert spielen. Ich habe die beiden Viecher erledigt. Ab jetzt ist Kindergarten. Jetzt kann ich nicht mehr konzentriert spielen. Jetzt werde ich die ganze Zeit ein halbes Auge auf meine Umgebung haben. Ja, ich kenne das. Also ich glaube, jeder hier von den Zuschauern auch kennt dieses Gefühl. Das Gute ist, wenn sie wieder auftaucht, dann ist sie schwer zu übersehen. Das Schlechte ist, wenn sie wieder auftaucht, dann ist sie schwer zu übersehen. Ja. Zähle ich mal, Bero, du... Blöde. Ich wollte sagen, Bero, du bist mir so egal. Aber Bero ist mir gerade nicht egal. Bero hat meinen Pilz. Bero hat mich gekillt. Ich habe noch ein Leben. Mit dem töte ich jetzt Bero. Und dann darfst du wieder unkonzentriert spielen. Hast du jetzt eine super Ausrede mit der Spinne? Ja, stimmt. Da hast du absolut recht. Ja, ich will einfach mal... Einfach mal hoffen. Also ich habe gerade keine Augen auf dem Bildsturm, aber es hat sich so angehört, dass du Bero getilgt. Ja. Ich bin jetzt wieder mit einem Leben im letzten Ding. Dann mach was draus. Schaden nehmen meintest du nicht, oder? Okay, du bist dran. Nee, das zählt nicht. Okay, dann bin ich jetzt dran. So. Pasch darf jetzt mit halbem Auge spielen. Er hat von mir die Erlaubnis. Das passt schon. Das passt schon. Ich habe ja an sich nichts gegen Spinnen. Ich schon. Und einiges davon ist sogar wirksam. Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ganz schön klug. Aber das fließt hier einfach zu groß. Eindeutig. Ich finde es ja auch lustig. Das habe ich schon öfter in Videos erzählt. Aber ich erzähle es gerne nochmal für die Zuschauer, die jetzt vielleicht neu dabei sind. Ach Mist. Ich erinnere mich. Theoretisch kannst du hier auf ihn drauf gehen. Lass das mal. Du kannst auch einfach durchchargen. Nein! Verdammt! Okay, jetzt hast du ein Problem. Ja, ich habe es schon öfter erzählt. Es gibt ja die Kinderserie Peppa... Peppa Pig? Peppa Wurst? Was? Peppa Wurst? Peppa Wurst? Peppa Pig? Irgend so was. Also Peppa Pig, ja doch. Peppa Pig. Und in dieser Kinderserie gibt es eine Folge, die den Kindern beibringen soll. Jetzt heb das Vieh einfach und schmeiß es weg. Die den Kindern beibringen soll, keine Angst vor Spinnen zu haben. Und in Australien wurde diese Folge verboten. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn es einen Ort auf der Welt gibt, von dem man auf jeden Fall Angst vor Spinnen haben sollte, dann ist es Australien. Eine Freundin von mir hat ja mal in Australien gelebt, weil ihre Eltern das große Auswander-Mist, das große Auswander-Fieber hatten. Okay. Und dann sind sie nach Australien ausgewandert. Was sie mir da für Geschichten erzählt hat, mit, äh, von verschiedensten Erlebnissen mit Kreuch- und Fleuchttieren aller Art. Okay, ich hab tatsächlich auch... Da hab ich mir gedacht, wer, wer will eigentlich freiwillig in Australien leben? Ja, das glaub ich auch. Tatsächlich ist auch eine ehemalige Klassenkameradin von mir, von dir nicht. Stimmt, die ist, äh, die hat die Elfte nochmal gemacht. Und du bist ja dann erst in der Zwölfeln dazugekommen. Genau, ja. Ähm. Und die lebt auch in Australien jetzt, oder was? Ne, die hat aber eine Zeit lang in Australien gelebt, mit ihrem Freund zusammen. Wohnt jetzt aber, glaub ich, in Berlin und, äh, studiert irgendwie Spieleprogrammierung oder sowas. Mhm. Ja, was erstaunlich ist, weil in der Schule hat es E-Technik. Äh, E-Technik. Ach, du Scheiße, da ist er. Alter, ist das wie schnell, ey. Ach, du Kacke. Ich glaube, es ist klar zu tief. Wir haben es alle gehört. Ich weiß halt nicht, wo der Leichnam hin ist. Das macht mir gerade die meisten sagen. Aber, ähm, ich sag's mal so, das sah sehr platt aus, das Vieh. Naja, wie sagt man so schön? Ohne Leiche kein Verbrechen, ne? Ah, ha, ha, ha. Mein Gott, das muss nicht nur ne gigantische Spinne sein. Natürlich auch ganz von diesen Viechern, das... ...superschnell rumpfleucht. Mein Gott, ey So, ich fühle mich schon um einiges besser So Dann kannst du das Schloss ja jetzt beenden Ich habe es so gemacht, dass ich die Viecher als tot geschmissen habe Das habe ich auch vor Gut, aber das machen wir nicht mehr heute Das machen wir beim nächsten Mal Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben Und wir sehen uns, wenn es dann weiter geht Mit Super Mario Bros. 2 und ohne große Spenden Bis dann, tschüss Tschüss